Was geht Leute? Mein Name ist Danny Justin. Willkommen zu Evoland, einem ziemlich coolen Spiel. Wie der Name schon sagt, ich beschreibe die Evolution von der Spielegeschichte vom Anfang und bis heute. Und ich will auch gar nicht so wirklich näher drauf eingehen, weil das Ganze werden wir selber im Spielegeschehen erfahren. Es ist ein wirklich cooles Spiel, was allerdings, ich glaube, sogar nicht so lange ist. Also ich denke, es wird ein relativ kurzes Projekt sein. Aber ich hoffe, ihr werdet es trotzdem genießen. Also viel Spaß und lasst uns ein neues Spiel beginnen. So, freigeschaltet, rechte Taste. Hier scheint es eine Truhe zu öffnen zu geben. So, ihr seht jetzt zwei Truhen auf dem Bild. Die eine ist links, die eine ist rechts. Dann seht ihr noch zwei schwarze dicke Balken über und unter mir. Dann seht ihr noch eine Person, das bin ich. Und noch ein paar Bäume und ein paar Gebüsche an den Seiten. So, wir haben die rechte Taste freigeschaltet. Das bedeutet, wir können uns nur nach rechts bewegen. Denn die linke, die obere und die untere haben wir noch nicht freigeschaltet. Deswegen bewegen wir uns erstmal nach rechts und öffnen diese Kiste, die uns dann die linke Maustaste beschert. Wie ihr seht, freigeschaltet, linke Taste. Immer nach rechts gehen, ist öde. Das stimmt allerdings, deswegen gehen wir nochmal nach links. Freigeschaltet, 2D-Bewegung. Ein Glück, ihr könnt nämlich sonst nirgendwo hingehen. Ja, da hat er wohl recht. Jetzt können wir uns frei bewegen. Also wir können nach oben, nach unten, nach überall quasi, wo wir gerne hin möchten. Und dabei findet sich allerdings noch eine Truhe. Und was da drin ist, erfahren wir jetzt. Freigeschaltet, einfacher Bildlauf. Ihr möchtet sehen, wohin ihr geht, stimmt's? Ja, das stimmt allerdings. Deswegen können wir jetzt weitergehen und die Kamera bewegt sich mit uns. Dann hätten wir das nicht freigeschaltet, dann könnten wir uns nur hier bewegen. Und das wäre ziemlich langweilig und öde gewesen. Deswegen bin ich schon ganz froh drüber, dass wir das freigeschaltet haben. Ähm, so, was das sein soll, ich glaube, das sind so Steine oder sowas. Da können wir leider nicht lang. Und, äh, da sehen wir dann noch eine Truhe. Und wie ihr sehen könnt, ähm, der Bestandteil des Spiels liegt da drin, die ganzen Truhen immer zu sammeln. Und das Spiel zu einem Neuzeitspiel zu machen. Das heißt also, es zu einem Spiel zu machen, was man in unserer Zeit kennt. Also mit guter Grafik. Ähm, einfach nur ein geiles Spiel, wenn ihr versteht, was ich meine. Mit guter Grafik, was man genießen kann. Und mal sehen, was uns die nächste Truhe beschert. Und zwar Soundeffekte. Dadurch war das Spiel gleich lebendiger. Das stimmt allerdings. Ihr könnt mal gerne versuchen, ähm, wenn ihr ein Spiel spielt, die Soundeffekte auszuschalten. Das ist ein ganz anderes Spielerlebnis, als wenn ihr es ohne Soundeffekte spielt. So, weiter geht's. Hier sehen wir jetzt zwei Truhen. An die untere kommen wir leider nicht, was ziemlich schade ist. Aber dafür haben wir hier eine. Die wollen wir auch gleich mal öffnen. Und wir haben einen glatten Bildlauf freigeschaltet. Es spart euch einiges an Kopfzerbrechen. Ja, was das bedeutet. Und zwar habt ihr ja gesehen, dass die Kamera nicht auf mir, auf mich sentiert war. Sondern immer nur an einer Stelle. Allerdings jetzt ist es so, dass wenn ich mich bewege, dass ich immer in der Mitte bin. Das bedeutet also, dass die Kamera immer auf mich sentiert. Ist egal, wo ich hingehe. Dass quasi sie folgt mir und nicht, ähm, also sie folgt mir dauerhaft. So könnte man es sagen. Sie folgt mir dauerhaft, was ziemlich cool ist. Da unten sehen wir noch eine Truhe. Da kommen wir allerdings leider noch nicht hin. Also gehen wir erstmal durch diese Brücke hier. Und kommen schon zum nächsten Areal. Und da sehen wir wieder eine Box. Da kommen wir leider nicht ran, weil hier so eine Art Gebüsch, Gebüsch ist. Was ziemlich scheiße ist. Denn wir haben noch nichts, was, äh, ja, dieses Gebüsch zerstören kann. Deswegen gehen wir noch ein bisschen tiefer. Und was haben wir denn dort? Ein Schwert! Jetzt könnt ihr böse Monster töten und Gebüsch niedermähen. Ja, jetzt können wir die Gebüsche zerstören, was ziemlich schön ist. Denn, äh, ja, aus Spaß ich zerstöre einfach mal aus Spaß alles. Hat keinen bestimmten Grund, aber endlich kommen wir zur nächsten Truhe. Und die schaltet die Monster frei. Vorsicht, berühren sie die nicht. Ja, die Monster sollten wir nicht berühren. Ich denke, das ist bekannt. Und, ähm, das Problem ist allerdings, wir können uns noch nicht so flüssig bewegen. Und wir können uns auch nicht drehen oder sowas. Also, wir müssen gehen, um uns zu drehen. Äh, das heißt also, ich kann euch jetzt mal zeigen, was ich damit meine. Wenn ihr geht, dann müsst ihr ungefähr so 0,5 Sekunden lang gehen. Und ihr könnt nicht, während diese 0,5 Sekunden stattfinden, während ihr geht, könnt ihr nicht irgendwie nach oben oder die Richtung wechseln. Das geht nicht. Ihr müsst ihn ausgehen lassen. Und, ähm, jetzt dürft ihr erst in eine andere Richtung, äh, in eine andere Richtung gehen. Vorher geht das nicht. Ihr müsst ihn quasi ausgehen lassen. Und, ähm, das muss sich natürlich auch noch ändern. Aber keine Sorge, das wird sich noch ändern. Also öffnen wir einfach die nächste Truhe. Musik. Evolent Melodie. Seit 2012 ganz oben in den Charts. Ja, diese Melodie erinnert mich extrem an Zelda. Und, ähm, jetzt haben wir wenigstens ein bisschen Musik dabei. Was ziemlich cool ist, denn, äh, das verändert hier wieder so ein bisschen das Spielerlebnis, muss man sagen. Und mit unserem Schwert, mit unserem Schwert kommen wir überall durch. Was sehr schön ist. Und, ähm, als ich das das erste Mal gespielt habe und ich hier angekommen bin, habe ich dieses Kreis hier gesehen. Und ich dachte mir, hm, wozu könnte dieses Kreis sein? Wozu ist es da? Und ich sagte am Anfang, das wäre so eine Art Teleporter. Aber es ist Speicherpunkt, ein Speicherpunkt, eine Entwicklung, die Computerspiele für immer verändert hat. Ja, wenn eure Mutti euch zum Essen ruft oder ihr zum Fitness müsst oder Hausaufgaben machen müsst. Oder, oder, oder. Es gibt bestimmt viele Gründe, wieso man nicht den ganzen Tag und dauerhaft zocken kann. Und, ähm, ja, einfach dauerhaft. So, freigeschaltet ein Stern. Sammelt alle versteckten Sterne in Evoland. Ähm, diese versteckten Sterne. Ich weiß nicht genau, womit es damit auf sich hat. Also, ich habe selber nur kurz damals gespielt und das ist schon lange her. Äh, wahrscheinlich sind das so eine Art versteckte Sterne, die man sammeln kann oder sammeln muss. Ich weiß es selber nicht. Aber gut, öffnen wir erstmal die nächste Tour. Und die hilft uns, durch die bekommen wir die Karte Fledermaus. Eine neue Karte, um Doppelzwilling zu spielen. Ähm, was das ist, ich weiß es noch selber zu 100% nicht so ganz. Ich kann es mir nur vorstellen. Aber lass uns doch erstmal speichern. Ja, wir müssen nur ganz kurz, ähm, durch dieses gewisse Etwas, durch diesen magischen Kreis gehen. Und, äh, ja, hier haben wir die Wüste. Das seht ihr an diesem Sand, an diesem Sandboden hier. Das ist ja kein Gras mehr, das sieht man ja. Und viele, viele Kaktüsse, die übrigens gar nicht stachlich sind. Also, ich kann die durch berühren. Obwohl, ich berühre die ja nicht wirklich. Gut, hier haben wir noch eine. Oh Gott, ich liebe es, diese Thron zu öffnen. Ich finde es einfach immer wieder cool. 16 Farbenanzeige. Oh mein Gott, Farbe. Äh, ja, jetzt haben wir wenigstens Farben. Das bedeutet, wir können das Spiel mehr genießen. Aber ist ja auch logisch. Ich denke, das ist heutzutage zum Standard geworden, dass man in einem Spiel Farbe hat. Und, ähm, ja, hier scheint nichts Besonderes zu sein. Deswegen gehen wir einfach mal weiter durch diese kleine Brücke, die genau meiner Größe entspricht. Genau wie die Bäume, die fast so groß sind wie ich. Ja, stimmt, ja, Bäume sind in Wirklichkeit gar nicht größer als Menschen. Ist ja nicht so. Gut, äh, wir müssen aufpassen. So. Wir können uns ja noch nicht genug frei bewegen. Wenn wir wenigstens uns sehen könnten, das können wir allerdings auch noch nicht. Und hier haben wir eine Fledermaus. Ähm, wieso die Fledermaus stärker als diese Oktopus-Dinger sind? Ähm, zum einen, sie ist kleiner, sie ist schwerer zu treffen. Also, sie ist flinker, logisch. Und zum anderen, sie kann auch seitlich fliegen. Also, sie kann auch nach oben links, gleich, ja, nach oben links. Und nicht nur nach links, rechts, nach oben und unten. Zunächst, sie kann auch schräg fliegen. Das macht sie zu einem etwas stärkeren Gegner als den Oktopus. Und das erinnert mich irgendwie an so einen Stein, den man bei Pokémon mit Stärke schiebt. Aber, ja, Stärke gibt's hier leider nicht. Vielleicht gibt's noch später einen Weg, den Stein zu schieben. Ich weiß es selber nicht mehr. Es ist schon eine längere Zeit her. Deswegen speichern wir erstmal das Spiel. Und öffnen diese Box. Und jetzt haben wir eine Story. Nach jahrhundertelangen Frieden trat eine alte böse Macht zurück ans Licht, um die Welt von Evolandia zu bedrohen. Ihr seid eins der wenigen verbleibenden Mitglieder des Ordens der Drachenritter, dessen Aufgabe es ist, die Welt zu bereisen, um in den Nordleidenden zu helfen und das Böse zu bekämpfen. Dank des jahrhundertelangen Frieden hattet ihr in einer langen Zeit nicht gerade viel zu tun, aber es sieht ganz so aus, als würde sich das bald ändern. Ja, jetzt haben wir wenigstens Gegner. Es ist eine böse, böse Macht, die eingetreten ist. Und wer das genau sein wird, das werden wir natürlich auch noch erfahren. Aber vorher werden wir erstmal diese Truhe hier öffnen. Und wir haben einen Stern freigestellt. Wir haben alle versteckten Sterne in Evoland. Ähm, ja, diese Sterne befinden sich in den Kisten. Fragezeichen, ich weiß es nicht, aber ich speichere mal zur Sicherheit. Ich schätze mal, das könnte nicht schaden. So, also ich denke mittlerweile könnt ihr euch einen relativ guten Eindruck vom Spiel gemacht haben. Und ich glaube, ich sollte aufpassen. Ja, ich sollte definitiv aufpassen. Ähm, so baut sich das Spiel langsam auf zu einem Spiel, was sehr, sehr gut aussehen wird. Aber da müsst ihr euch ein bisschen überraschen lassen. Und wir haben 256 Farbenanzeige. Das ist schon fast echte Grafik, stimmt's? Allerdings, das kann man so sagen. Ich denke, naja, die Grafik ist schon ein bisschen über dem, über dem Game Boy Color. Aber ich denke, die vorherige Grafik war so auf Game Boy Color Niveau. Und da können wir auch lang, wir können das speichern. Allerdings kommen wir hier noch nicht durch. Zeichenanzeige. Zum Glück scheint euer Held diese Zeichen lesen zu können. Ja, wir können auch lesen. Wir gingen da mal zur Schule anscheinend. Keine Ahnung. Äh, dieser Pfad ist nur für wendige Abenteuer geeignet. Äh, für wendige. Ja, okay, 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 okay. Was mit wendige hier gemeint ist, werden wir sofort erfahren, Leute. Das ist nämlich das, von was ich gesprochen habe. Und worauf ich lange, lange gewartet habe. Doch endlich ist der Moment gekommen. Wir haben hier wieder ein Schild. Der Dimensionsstein versperrt den Weg. Versuche es mit einem, mit dem Pfad im Osten. So, wir öffnen wir auch vorher erstmal diese Box. Freie Bewegung. Zeit für etwas Action. 30 Abenteuer. Und der Moment ist gekommen, Leute. Wir können uns frei bewegen. Wir können uns drehen. Wir können zur Seite gehen. Wir können nach oben, nach unten, nach links, nach rechts gehen. Wir können, wir sind einfach frei. Und es ist ein so schönes Gefühl. Das könnt ihr gar nicht, also es ist wirklich, es ist einfach wunderschön. Es ist einfach so ein besonderer Moment für mich gerade, dass ich gleich anfangen werde zu weinen, glaube ich. So, wir speichern erstmal. Und hier haben wir eine Art Statue. Und die können wir allerdings angreifen. Da müssen wir allerdings ein bisschen vorsichtig sein, weil die haben vorne... Oh shit, ich wurde mir gestorben. Nein, was? Ach so, man kehrt zum... Oder habe ich den falschen Knopf gedrückt? Ich weiß es nicht. Oder ist es nicht schlimm? Wir haben hier gespeichert. Also passt alles. Ähm, ja. Das war Fail, aber ich wollte euch zeigen, dass man kann... Man muss aufpassen, weil die haben vorne ein Schild. Man kann die nur von hinten angreifen und ganz doll aufpassen muss man da. So, den ersten haben wir schon mal einen ermordet. Nachdem ihr einmal angegriffen habt, fangen sie auch an, sich zu bewegen. So, mein Freund. Und wir haben ein Pfad freigestellt. Alle Monster zu töten ist bei eurer Quest mitunter hilfreich. Ja, wir speichern erst mal. Ich weiß nicht, wieso immer, wenn ich mitunterlese, dann muss ich Minuta lesen. Ich weiß nicht genau, wieso. Ähm, Inventar. Klickt auf das Symbol an oder öffnet es mit Tab. Unser Inventar, meine Freunde, können wir auch, ich glaube, mit der Maus steuern irgendwie. Aber wir haben gerade erst mal nur ein Schwert. Also so, ähm, ja, effektiv ist es nicht. Wir können allerdings noch ein Bogen haben, was ziemlich, ziemlich cool ist. Und ein Schild. Mal sehen, wann wir den Schild und den Bogen bekommen. Freigeschaltet, Überwelt. Die Welt zu erforschen ist nett. Nehmt euch aber vor zufälligen Begegnungen 8. So, jetzt sind wir hier. Das ist so eine Art... Ich weiß nicht genau. Ich denke, das ist so eine Art schnellere Übergang in die nächste Welt oder sowas. Ich weiß nicht. Ähm, Rundenbasierter Kampf. Gehen wir zu einem anderen Kampfstil über. Ja, diese Rundenbasierten Kämpfe, die kennen wir bereits aus Pokémon. Und unser erster Gegner ist ein Slime. Den greifen wir natürlich an. Ich greife erstmal den Näheren an. Und wir bekommen auch Schaden. Wir haben... Ich glaube, unser Leben ist das TP unten rechts. Angreifen. Attacke. So viel Leben haben dieses Slime. Das würde mich mal interessieren. Oh, wir können nochmal angreifen. Oh ja, die Musik, baby. Die Musik. Oh yeah, die ist geil. So, zwei Attacken reichen. Ihr habt 100 Gliss gewonnen. Ähm... Ich weiß nicht genau, was Gliss sein soll. Äh, übrigens, da stehen unsere Angriff. Attacke. Oder ne, Angriff. Acht. Und Verteidigung haben wir null anscheinend. TP haben wir 81 von 100. Ich glaube, das ist unser Leben. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Wir haben einen Trank. Äh, können wir nehmen mit dem Haus irgendwie... Gegenstände. Ich weiß nicht genau, wie ich ihn aktivieren soll. Wir haben 2 von 30 Sterne. Wir haben 100 Gliss. Äh, wahrscheinlich ist es die Wäderung hier. Könnte ich mir vorstellen. Nur ich weiß halt leider nicht, wie man die Tränke aktiviert. Das tut mir leid. Ähm, das werden wir früher oder später noch erfahren. Und, ähm... Die Gegner werden hier einfach spontan entscheiden. Wie zum Beispiel jetzt. Und heilige Scheiße. Ein Emok ist vor uns. Es ist eine Art Vogel oder so. Keine Ahnung. Und ja, ATP ist unser Leben. Und, äh... Wow, dieser Gegner ist schon etwas stärker, muss ich sagen. Ihr habt 50 Gliss gewonnen. Also, wenn wir einen Gegner killen, bekommen wir 50 Gliss. So, freigeschaltet Mode 7. Es sah fantastisch aus, als es seinerzeit 1990 eingeführt wurde. Also, äh, der Anfang... Also, es fängt bei irgendwie dem 18. Jahrhundert ein. Und jetzt sind wir ungefähr im 19. Jahrhundert... Im 90. Jahrhundert an einer anderen Stelle wieder angelangt. Hier haben wir noch eine Box. Ortsname. Die Wiese. Hier erfahrt ihr die Namen der Orte, die ihr bereist. So, wir sind auf der Wiese. Vielen, vielen Dank. Und hier haben wir wieder dieselben Gegner. Auf die müssen wir ein bisschen aufpassen. Die sind nämlich ziemlich... Ziemlich gefährlich. Wenn man nicht aufpasst... Ihr habt ja gesehen, wir sind gestorben. So, komm mal her, mein Freund. Oh, shit. Nein! Was? Vor allem, was ich ein bisschen... Merkwürdig finde und ein bisschen scheiße. Jetzt muss ich ernsthaft wieder... Alles von vorne machen? Oh, nee. Wir sind wieder hier. Okay. Gut, das werden wir dann im nächsten Part machen. Vielen Dank, wirst du eine Schaum bei diesem Part von Evoland. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, stellt auf jeden Fall sicher den Daumen nach oben zu drücken. Und, ähm... Ja, dann geht's weiter und ich seh dich im nächsten Video wieder. Tschüss!